Musik 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 Ich muss die Ruhst, das ist, wenn ich meine Masi ein thou zufrieden Jetzt kann nicht noch mal die Hand machen, dann ist mein Ichizbarack Oh, so will ich es nicht mehr aus, es ist nicht mehr aus, es ist nicht mehr aus Aber ich muss die Ruhstuhl schon machen, wenn ich meine Masi ein weggelassen Das war jetzt mal. 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 Okay. Mal mit seinem Aber jetzt war jetzt nicht fertig. Das war jetzt mal recht. Also hier ist es immer ... Ichfrau da. Krass oder? Hört ihr mich, hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja. Wir haben das. Hallo, hallo, hallo. Bisschen mehr Monitor. Und dann passt das schon, dann passt das schon. Danke, 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 danke. Hier auch noch ein bisschen. Kann noch ein bisschen mehr Gas gehen hier. Also ich muss erst mal einen Ton holen. Danke, ungefähr der Tonart singe ich. Gelbes, engelblauer, engelgrüßter Punkt, zack, zack. Oho, oho, wie ist die Menschel-Punkt? Immer gesenkt, engelgrüßter Punkt. Oho, oho, wie ist die Menschel-Punkt? Und wenn die Mann dafür in der Blut und Farbe kommt, dann gesenkt, engelgrüßter Punkt. Zeig dir nun alles seine grüne Punkt. Die Zähne hat auch wieder da raus. Die Elastiklüden und die Elendorose Seht mit unserem Tag jetzt grüne aus. Ich weiß nicht warum machen wir uns doch. Es ist doch alles gut organisiert. Damit die Umwelt, dass er weiter sein kann, nicht durch den Segnen, wie ist die Menschel-Punkt? Der Elendorose-Punkt, er ist die Lausge, die Elendorose-Punkt, die Elendorose-Punkt, er ist die Menschel-Punkt-Koch-Kartor-Punkt. Ach, hier in der Ecke stehen, Holzfotellern, und nur was draufsteht, darf auch wirklich rein. Ob alt was hier, ob weiß es oder unter, denn auch beim Glück muss Ordnung, wenn man sagt. Freunde, die sind auf das Breitenkreuz, dann ist der Kloch noch ein Problem. Die sind auf das Breitenkreuz, dann kippt sie sich auf den großen Auge und entgast der Kuba-Resistung. Hey, die seckige blaue Engel, die sind in den Punkten, oh, die ist die Menschelbund. Und wenn sie bald am Öl erstellt, dann wird sie sagen, hey, die seckige blaue Engel, die sind in den Punkten. Und wenn sie bald am Öl erstellt, dann wird sie sagen, hey, die sind in den Punkten. Und wenn sie bald am Öl erstellt, dann wird sie sagen, hey, die sind in den Punkten. Und wenn sie bald am Öl erstellt, dann wird sie sagen, hey, die sind in den Punkten. Und wenn sie bald am Öl erstellt, dann wird sie sagen, hey, die sind in den Punkten. Und wenn sie bald am Öl erstellt, dann wird sie sagen, hey, die sind in den Punkten. Und wenn sie bald am Öl erstellt, dann wird sie sagen, hey, die sind in den Punkten. Und wenn sie bald am Öl erstellt, dann wird sie sagen, hey, die sind in den Punkten. Und wenn sie bald am Öl erstellt, dann wird sie sagen, hey, die sind in den Punkten. Danke, ihr habt es verstanden. Mach dich, mach dich. Mach dich, mach dich, mach dich. Mach dich, mach dich. Mach dich, mach dich, mach dich. Applaus 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 Allein, Freunde, es ist so weit. Unser kleiner Country Express leuchtet langsam aber sicher in den Heimat-Bahnhof ein. Aber nicht so ohne, dass ich euch die Mannschaft vorstelle, die diesen Zug fährt. Und das ist erfolgreich seit vielen, vielen Jahren und immer noch mit viel Freude. Mit an Bord sind, von euch aus gesehen, ganz links, Ambers, Müsker, Upload! Upload! Daneben aus Deutschland hohem Norden, noch möglicher als Hamburg. Aus dem schönen, feuchten Kiel. Und der fantastischen Viertel. Unser Country-Argent, Mütter Tim Briesel! Und der Motorradband, unsere Maschine, unser Rhythmusgeber. Am Startzeug, Mr. Charlie Ewing! Ganz weit südlich, ganz weit südlich kommt er her. Aus dem schönen Tirol. Aus Italien. An der Stromgitarre, Mr. Chris Kaufmann! Der ist fantastisch! O-oh! Last, but and least von euch gesehen, ganz rechts. Der fantastische, unglaubliche Metafuse. Und jetzt sehen wir uns auch, wenn das geht, ich hab meine Damen und Herren! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Bevor wir den letzten Mann hier auf der Bühne vorstellen, möchte ich herzlichen Dank für immer auch an die Roadcrew sagen, an die Techniker hier vor Ort. Wir haben auch zwei eigene Leute mitgebracht, die schon 150 Jahre von uns arbeiten. Also gefühlte, die sind mit uns auch alt geworden. Also komm mal, ein klein Applaus für die Techniker, für die Roadcrew. Ohne die Techniker, das war leider nicht, ne? Die sitzen sozusagen am Drücker. Wenn er mich jetzt ausmacht, dann bin ich aus. Aber lasst mal noch nie, lasst mal noch nie. Ist ja natürlich auch einiges, Applaus für mich hier in der Mitte von der Bühne. Noch in der Mitte von der Bühne. Der war gut, das war intern. An der Gitarre, angesagt, unser Andreas, bitte! Ja, vielen Dank. Wir freuen uns richtig, dass wir dieses Jahr, Dankeschön, auch wieder eingeladen wurden, hierher zu kommen, nach Zürich, nach Alpes-Gütti. Vielen, vielen Dank, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, hoffentlich im nächsten Jahr. Bis dahin Leute, passt doch euch auf, keep it country, und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, passt doch euch auf, ciao! Bis dann, passt doch euch auf, ciao! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Applaus